hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal und sovon gleich und heute sind wir wieder im dd shop vom 10.03.2009 so und ja heute haben wir einen neuen skin am starten zwar den patronella so was gibt es dem patronella ich finde es ist wie so ein weiblicher silvester salone rambo verschnitt und finde ich sieht ziemlich cool aus und deswegen kriegt patronella von mir sieben von zehn von mir kriegt sie sechs von zehn so die bewertungen sind drei von fünf bei vier volts einmal im shop und die user ist 14 91 okay machete die finde ich sieht kacke aus also finde ich das ist also was heißt kacke ist jetzt auch übertrieben auf finde ich jetzt nicht so prickelnd wie viel tickt von mir fünf von zehn von mir kriegt sie vier von zehn so dann sei bei machete die hat gerade zwei von fünf bei einem boot user reminder sieben so dann kommen wir zum nächsten und zwar dem helikopter oh der ist krass also irgendwie wie gesagt erinnert mich alles so ein bisschen an rambo ja leute was gibst du denn was ich dem heli gibt dem gebe ich zehn zehn von zehn ich finde den ziemlich geil 8 von zehn acht von zehn ok ja was hat er für worts 3,5 bei von fünf bei vier worts youtube meiners 16 dann kommen wir zum felsen felsanität durch der kohle das hat er so krasse bewertungen ich finde den gar nicht mal also gar nicht mal so schlecht muss ich sagen wie liebste den kohle das ist ja da hast du damals kaputt gelacht als das ding raus kann ja also ich gebe dir noch zehn von zehn was mal ganz witzig ja und den hast ja da hast du damals kaputt gelacht als das ding raus kam ja also ich gebe dir noch zehn von zehn was dann kommen wir zum armadillo ja was das kind sieht okay aus das ist nicht so schlecht ja also ich gebe dem sechs von zehn ich kann dich schon voraussehen 3,255 bei 20 worts user remainers 31 dann kommen wir zum kuppel zur kuppelhacke ja was gibt es für der kuppelhacke die kuppel die ist okay die finde ich nicht nicht so toll also ich finde die die kriegt von mir vier von zehn sechs von zehn echt ähm 3455 bei 4 worts user remainers ähm knie klatsch auch das ist geil der ist geil wow was denn er ist mega geil ich finde den hammer ich bin auch echt darüber legen wir euch schon wieder hoch ich bin echt cool zehn von zehn was soll man dazu sagen mega das ding ist einfach nur mega 10 von 10 4,91 von 5 bei 11 votes 66 user remainers das ist bis jetzt die beste bewertung die wir jemals hatten bei ein paar mehr votes das ist wirklich krass da muss ich dir recht geben dann kommen wir zum markt oh mein gott der warthog das warzenschwein er gleich gibt dem 2 von 5 nein 2 von 10 1 von 10 nein 0 von 10 ja ja ich finde den grauser ich gebe den 7 von 10 was für dich verarschen 0 von 10 mal ich finde den schrecklich warthog 1,8 von 5 bei 5 votes user remainers 9 der war 21 mal schon im shop dann war der alles schrecklich das ding 11. september der war schon der war schon im Jahr 2017 drin hm ok also wenn ihr das Video gefallen habt dann abo und einen kommentar freuen bis dann rein und tschau